Gut, dann fahren wir mal nach Vespucci Beach. Nehmen uns natürlich hier das dickste und schönste Fahrzeug von allen. Gott, los geht's. Man, warum müssen die Leute echt immer fahren um zu gucken? Mache ich ja auch nicht besser. Also ich glaube jetzt in den ersten zwei, drei Parts... In den ersten paar Folgen wird öfter das Wort nigger fallen, als man zählen könnte. Ja. 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 Das ist eine schlechtere Verse. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfuckin' bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, SA. Oh, we saw you tryin' to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit! Oh, 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 vamos! Fuckin' die, honey. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fuckin' gunfight. Man, stop bein' a pussy, nigga, and grab that heat. Sood. Ah! Get those fools! Get out, fool! Just for luck, homie. Schieße mal auf die Benzinspur hier. Ist das hier nicht die Benzinspur? Na gut, dann machen wir halt den hier. Der hier geht auch. Follow me. Let's get through this. Damn, man. Just when I thought this shit was clearin' up. So much for legit work. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Check that dope. They tryin' to mash on us. Some more of them niggas. They tryin' to drill. Get that ride. Get that ride. How many they got? Shoot the gas, homie. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. See, we gotta get the fucking wet. So, da war die Benzinspur, die ich gemacht habe vorher. Man, we only came here for a bite. And there a motherfucker is right there. Hey nigga, come here, we got your pink slip. Man, as well as we get this shit done. Man, this is fucking crazy. Es sollte ja nicht schwer sein mit so einem Wagen. Komm, hoppla, mach. Hopp, hopp, hopp. Let's get him, homie. I wanna get paid. Paying ain't worse shit, when you do a 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Übrigens, wie man in der Zwischensequenz bei Simeon sehen konnte. We need to shoot them off the bike. Couple scratchers better than nothing. Man, you're awesome already. I'm talking about this. That's a monster fucking bike ride, you stupid. Hey, you're not careful, man. Oh, shit, he's down. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on innocence. So, then we take the motorbike. Alright, drive safe. Oh, shit. Dann treffen wir uns damit Lama. Der zwar hinter uns fährt, aber... Warum auch immer wir uns jetzt aufteilen müssen, verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, shit. Whatever. Gucken kann man nicht nix mit E. Für alle, die sich das fragen. Na gut, dann beeilen wir uns mal. Ich werde übrigens das hier nicht so handhaben wie in Skyrim, dass ich immer ab- und anmoderiere pro Folge. Ich werde hier wieder am Stück aufnehmen und dann so schneiden, wie es am besten passt. Das ist für euch besser, das ist für mich besser. Alter. Alter Schwede. Ey, ist das jetzt dem sein Ernst? Ist das jetzt dem sein Ernst? Ja, dann fahr. Hopp. Alter Schwede, die schrotten ja mein Motorrad. Das ist ja unglaublich. Alter. Mann, ey, sorry about that. Mann, ich kann nicht mit deinem Arsch für ein paar Zeit. Du bist ein Psychopath. Du hast endlich verdient es. N***a, das ist der Apache-Bloh. Du bist nicht so schlecht, ich habe eine Flüge-Tomahe. Und dieser Arschstattel den Arschstattel. Wir können nicht die Arschstattel der Arschstattelung. ja zurückführung bestanden auch wieder nur silber schade aber auf einmal ist unser auto wieder ganz was wir da hatten das atomic luftschiff wurde freigeschaltet wofür die luftschiffe leih mit dem handy an kann man auch machen im gta 5 hat man ziemlich viele möglichkeiten das scheiße brauchen geht kommt dann holen wir uns vielleicht die nächste mission bei simeon ja toll ist aber ich habe hier hinten geparkt jetzt muss man die vorne angehen ich krieg einen rappel ich habe hier vorne ich habe hier vorne du bist ein rasist was du möchtest mich nicht weil du denkst dass ich ein arabes was nein was du sprichst das ist ich bin seine mentorin ich bin sehr stolz von dir was meinst du ein mentorin keine Angst okay also was du für ihn james de santa ja ich habe das schlechtes Gefühl dass er mehr schweig zu dem Auto als wir können zurückkommen in den die exorbitant in die hau hau auf Eclipse ist ein SUV ja wache 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 ich habe dich nicht mehr über das es ist so gut zu sehen mein Junge hey gute Glück in der Lehrstuhl hau hau Herr Kenneth wo wir finanzieren für Glück beim Jura studieren so jetzt sollen wir in ein Haus einbrechen und ein Auto uns besorgen und zwar das diesen gelben SUV den der nette Herder gekauft hatte bei uns und beim Nachbarn mit Simeon der auch jeden potenziellen Käufer als Rassisten beschimpft hey hey did you change your mind when I discover that you betray me perhaps I hear you took the bike for yourself my employee of the month listen man me and Lamar was gonna get that back to you dawg oh I am sure you will get this car off the daddy's boy and then we talk insurance papers say they have a locked garage so you'll need to gain access from inside the house man is never easy but you easy simi do not talk to me about easy you thief oh no oh no oh no go Mensch genau my car so da wären wir finde einen Weg in das Haus man sieht hier schon abend response gruppe 6 na klären wir einfach mal drüber und man sieht schon der Gärtner war's das sieht mega gut aus das Spiel muss ich immer wieder sagen okay okay ups fällt auch gar nicht auf so hier kommen wir nicht rein aber da sieht man schon da steht der Wagen da in seiner vollen Pracht aber wir müssen einmal ums Haus ach hat der eine schöne Hütte das muss man auch sagen oder so ein Haus hätte ich auch gerne guckt euch das mal an aber dann plättern wir hier mal raus das ist nur weil du einen massiven Gaper hast du fucking homo du bist tot tot er sagte ich habe einen massiven jimmy jimmy called me a bitch get off my face you lucky homo oh my god seriously my brother is such a oh ouch raperino i'll cut your dick off if you call the administrator hey you know what i am the administrator Im 이쁜� gonna take her shush for months 4-3-3-3-4-3-3-4-4-3-3-4-3-4-3-4-4-4-k當 ich liebe mich noch trên 5-4-4-4-5-4-4-5-6-5-4-5-8-7-7-8-4-5-5-9-7-8-8-7-7-9-9- 7-8-8-7-9-8-7-4-7-K-9-8-9-7-8-9-7-9-7-9-7-8-7-1-8-6-8-7-8-9-7-9-9-1-8-7-9-8-10! Ja, ja, eine gute Familie. Nein, wir wollen da noch zu. Ja, aber dann holen wir uns mal das Auto. Ja, ich glaube ich schaffe das niemals, irgendeine Mission ohne einen Kratzer abzuschließen. Geht glaube ich nicht. Das ist ein 9mm semi-automatik. Nein, den kennen wir doch auf dem Rücksitz. Credit, Fraud. Sei seriös, Mann. Ich arbeite einfach die Repo. Ich mag ein Kind, der folgt die Ordnung, ohne die Verantwortung zu nehmen. Ja, vielleicht ein Tag, wir haben eine Bierze. Und ich werde erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Wer gibt dir die Schlange? Ein Auto-dealer, Frau. Im Namen von Simeon Yatarian. Also, dieser Geschäft, er sieht legit zu dir? Schau, Mann. Es ist nur zwischen ihm und dein fucking Son. Keine Worte. Ich und Mr. Yatarian. Wir werden das tun. Das ist der Ort? Ja, das ist der Ort, Mann. Oh. So, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck.